hallo und herzlich willkommen zurück zum let's play von super mario maker heute zeige ich euch zwei andere level und zwar der erste level mario und joshi das eben schon mal aufgenommen und da ich alle level versucht auf einmal zu spielen hat aber von meiner aufgabezeit nicht so gereicht aber jetzt machen wir es noch mal neu wir gesehen was hier bedingen ist die tür die hier ist ist fake neben tod dies die für die führt wohin wo ihr nicht weiter kommt warum bin ich so dumm in der anderen aufnahme heute zeige ich euch zwei level und das eine ist der hier und zeige ich den anderen auch noch und heute kommt noch ein video wo ich euch noch die anderen beiden level von welt zwei quasi zeige mal ich immer geschworen zwei level pro part dass die parts nicht so lange zu kurz und nicht zu lang werden das war schon mal der erste gut dann kommt jetzt der zweite level und zwar untergrund kampf ausforderung mal sehen vielleicht habe ich vielleicht er kommt zeige ich den dritten level auch noch in einem level in einem extra video so hier kommt bau sein über den muss man einfach springen und auf den dies wird schon fällt darunter und du kannst die röhre zurücknehmen und sagt da wäre noch eine feuerblume drin weil zu sie bei bau sein verloren hast aber das macht nichts jetzt kommt bau sein studio kann man überspringen kann man nicht kämpfen wenn es aber doch doch gut und spaß und ich würde mal sagen ich zeige euch den dritten level auch noch dann haben wir so vier oder fünf minuten drauf was wird schon das geheimraum und dann was das für den part ich mache nur kurzen part weil dessen ich mir einfach so geschworen habt ihr mehr zu gucken ne kommen es kommt dann geht uns kommt fast jeden tag sowieso immer zwei videos das heißt eigentlich zwei videos guckt die ihr gucken könnt so die tür würde euch zum einen blog bringen wo ja noch mal ein joshi finden könnt aber das braucht ihr jetzt erstmal nicht und ich zeige euch jetzt einfach mal dass man gegen bau sein junior ganz leicht gehen kann so und ich bin immer den level als kleiner mario so das war's denn mit diesem part leute also dann ist dann schauen wir sehen uns bis dann hier weiter dominated hier hier und hier hier